Ja, gucken wir gleich nochmal nach der Aufnahme und nach dem Spiel, also ich glaube, du gewinnst halt, weil du näher an meinen Hauptstadt dran bist, das ist tatsächlich bei dir. Aber es hat schon Spaß gemacht. Erst so richtig aufbauen, also erst so richtig aufbauen, die Truppen und dann mal gucken. Lässt du die jetzt einfach so... Machen die was? Ja, bei mir machen die was. Ja, ich meine nur, das sind die deine Verbündeten? Das sind meine Verbündeten, ja. Oh, lol. Egal, Ungarn, der gilt schon ein bisschen was. Ah, die eigentlich nicht angenommen. Das ist so toll. ich habe es gibt in 2000 bekommen das brauche ich nicht ich habe es gibt in 2000m und ich habe es gibt in 2000m und ich habe es gibt in 2000m und ich habe es ja glaube ich kein aber doch die hat sogar zwei generelle Was? Ah, die Handschirm steht. Was? Habe ich morgen viel zu tun mit Rändern und schneiden. Hm. Aber es ist geil. War eine coole Runde. Du, wo bist du denn mit deiner Armee? Welche meinst du? Ja, mit deiner Großen. Mehrere. Haben da Grünen angezeigt oder sind wir nicht? Aber sie haben so viel Erfahrung jetzt. Ich weiß nicht genau, was sie Erfahrung bringen. Ach, bringen mehr, ähm, mehr Präzision, mehr Präzision einfach nur. Und mehr Moral. Ja. Ach so. Pumsen. Äh. Ich guck, dass ich irgendwie aus dem rumgehe. Arsch. Ach, du hast einen feindlichen Agenten hier drinnen bei mir? Mhm. Äh. Frankreich macht was für dich. Christian Großbritannien Handelsabkommen, Handelsabkommen eine Meile. Ja, mach ich. Okay, ich renne erstmal im Kreis. Tolle Armee. Tolle Armee. Ja, ich... Ich warte mal rein. Nee... Dann wird ne kleine Armee fertig. Hört euch. Wöch. Nö. Okay. Nein, ich meine Technologien sind alle fertig, neise Na komm, nimm mal eine Provinz ein, komm, willst du es doch auch Aber es war cool, dass wir erstmal, ähm, die, was denn, dass wir erstmal zusammengearbeitet haben, das würde ich dann mit der nächsten Aufnahme auch wieder machen Dass wir erst mit den fetten, mit den großen fetten Armeen, äh, ankommen, nicht mit den kleinen Kannst du mich angreifen? Ah, den für dich Na nochmal Ich hab Ausdruckung, warum drin gerade nicht hier Wie lange Ja, ähm, meine auch, ich hab, kannst, brauchst du nicht so einnehmen Alter, wie wenig noch überlebt hat bei dir Hast da auch ne, hast da auch ne Truppe Hey, es ist, äh, Kapitulation gefordert, spragt, prüben, mit der Angreiber gefordert, ihre Kapitulation Was? Da reden wir jetzt wieder weg, oder was? Wer verteidigt mich? Hä? Dich Ja, rausfechten, bumm Hier, bums Gern, jetzt helf mal Gern, jetzt helf mal Kommst du raus mit den paar Leuten Was sind zu wenige anscheinend Juhl Was? Warum hab ich auch zu den Lied egal? Vorwärts! 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 Er folgt sie! Dann... Mach ich auch... Ich zinnere ich dich auch noch ein bisschen... Und zack Mav! Männer! Vorwärts! ... Bitte? Was denn? Was denn? Hä? Fäh the... LOL Was denn? Ach ne, jetzt sind die Verstärkungsermin Rückzug Stimmt, wir die ja so nah beieinander stehen Ach komm Ich hab die halt 0 gesehen Weil mir keine Benachrichtigungen angegeben Mensch Ah, wer gewinnt jetzt wohl? Hm Du hattest da ein Schiff mit einer großen Flotte bestimmt Ja, großes Schiff Übertrieben Was hast du für ein Marineschiff gebaut, Alter? Also ein Schiff Und dann zwei Einheiten Ja Du hattest da Ah, scheiße Egal, für das nächste Mal Nächstes Mal nehme ich auch die Engländer Willst du dann auch eine andere Fraktion oder willst du dann wieder die Russen nehmen? Hm, mag ich ja wissen Okay Ähhhh Ja Vielleicht nehmen die... Mal gucken, wen ich das nächstes Mal nehme Ahh, warum wusste ich das? Das Frankreich uns noch nicht angegriffen hat, ne? Ja Ist faszinierend Und du wolltest erst Ungarn äh Du wolltest erst Ungarn äh Fertigmachen in dein Reich nehmen, ne? Äh Zum Glück hab ich's nicht getan Rücken wir weiter vor Rücken wir weiter vor Oh Mal gucken, ne? Verläuft Verloren Ja Okay Man sieht genau, wo man den Schlacht gefühlt hat Hm Okay, ich hab verloren Ihr erst am eh hast du besiegt ich werde fast nach russland ich werde fast nach moskau gekommen mit zwei armeen das konzern mit einer mehr hin ja und dann werde ich da platt gemacht ich weiß es vielleicht nicht vielleicht nicht vielleicht nicht Ja. Meine gehts. Dankeschön, Verbündete. Meine Verbündeten. Die kommen einfach aus dem Nichts. Und tschüss. Wenigstens haben die was getan. Wenigstens wollten die was tun. Ah, Friedensvertrag. Ey, Irland. Oh, Schottland. Ey, wirklich, ich höre, Glant. Ungarn, mach irgendetwas Sinnvolles. Okay. Aber meint. Alter, jetzt ist das wie... Jetzt machen die da hin und her. Was ist denn los? Weiter vor den Rücken. Oh. 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 Wer gewinnt jetzt wohl? Wird wahrscheinlich da nichts machen können. Ja, wow. Ach komm, so stark befestigt. Was willst du machen? Nicht viel, nicht viel. Ja, aus. Die mal weißt du, ne? oh leil ungarn ach was sinnvolles geht richtung berlin was jetzt kann ich ja wo greifst du mich gerade an berlin ach ok das macht mir schon ah dort steht es ich werde verlieren und dann haben sie die monat Ah ja wegen meiner Straße Sie werden verrotten Oh Niederlage Alter Alter S Alter Alter Bin ich Alles drauf less Alter HTw 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 H